so leute und willkommen zurück da bist du ja auch mal ist kurz wieder abgeschmiert ist ja nichts neues du schießt jetzt wirklich auch oder was ja banate deco na wo ist er denn da ist ein vollautomatisch wie viel halten die aus die pisse ja die haben das fort ausrüstungen an deswegen schießt ja also die frames sind hier nicht gerade so berauschend muss ja ganz ehrlich sagen den typen ganz oben habe ich ausgestellt so müssen wir denn das macht immer ganz nach oben vielleicht ist irgendwas was neues und naja für den typen naja und hier unten im kornspeicher soll der typ sein ja sicher ja aber hier unten ist der kornspeicher das sind die silos ah nee warte mal warte warte hier sollen wir was machen was sollen wir hier machen ich glaube die türen sollen wir hier doch nicht hier ist irgendwas hier ist irgendwas hier die machen halt nicht schaden ach guck mal hier ist er unser gut oh das Nägel im kopf alter heilige scheiße bist du das ja ich will dir helfen nein hör einfach zu sie verfolgen uns wollten das heilmittel öffnen ging nicht also fragten sie nach mutter ich habe ihnen nichts gesagt nicht reden spar deine kräfte auf ich hole dich hier raus leucht du leucht du oh komm bleib bei mir verdammt es wird spannend oder ist der wirklich tot ich will nochmal richtig sicher gehen wenn ich das in der karl oder so leuchtturm ein leuchtiges trümchen die verdienten waren wirklich im kornspeicher orkan auch sie haben ihn gefangen genommen und gefoltert möge der gott der sonne seine seele bei sich aufnehmen hat er ihnen etwas verraten weiß ich nicht er sagte er hätte nichts gesagt er wollte mir aber etwas über das heilmittel erzählen dass sie es nicht öffnen konnten dann ist noch etwas übrig obwohl sie auf dem feld viel verschüttet haben weißt du wo sie hingegangen sein könnten orkan erwähnte den leuchtturm ich sehe mich dort mal um aber welcher da hinten guck mal da meinst du ja ja guck ich habe sogar recht ha da unten können wir irgendwie schnell runter gehen ja ja wo wir faken da sind wieder unsere kollegen ist der schon wieder da unten oder was nee kein nicht nicht beheben oder nicht der hallo schlampe guck mal da kommt eine schlampe hoch was willst du ey da ist gerade die kopf runtergefallen die ist gerade durch das dach gepackt irgendwie also war auf jeden Fall nicht mehr da ach guck mal unser freund ja der rampelt dich um aaaah bitch motherfucker inventar ist voll let's get's ja ich komme so ja das war doch easy going sagst du du musst rechts du musst auf der Hauptstraße findest du findest du dass wir schon fast am Ende sind oder eher noch? ich glaube es kommt jetzt noch mal noch mal ein bisschen was auf uns zu oh guck mal was es hier gibt da ist ja unten Rammer Stahlrohr, Gummi, also ich glaube, dass du da irgendwie was Falsches gelesen hast. Kotzt doch nicht so rum hier, du ekelhaftes Drecksvieh. Oh, ich bin wieder so aggressiv in letzter Zeit. Ich weiß es auch nicht. Warte, die haben doch Belohnung. Gib her. Komm. Natürlich der andere. Komm, gib ran. Zerstöre. Pass auf. Nee, welcher mitzutun. Fechtmeister. Macht das andere Autor hier. Also ich muss das wieder aufmachen. Ja, ich mach den anderen auch auf. Entspann dich. Oh, das ist ja wieder richtige Fummelarbeit hier. Oh, so eine Scheiße. Oh, Mensch. Boah, Junge. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, ich hab's offen. Ihr habt's offen. Was ist das? Oh, ein Brecheisen. Geil. Ein Brecheisen. Ich wollte immer mal ein Brecheisen haben. Und ein Basie. Warte mal. Was ist da drin? Ah, selbe Scheiße. Hast du einmal Chemikalien zufällig? Chemikalien willst du haben? Mhm. Einmal brauch ich die. Ähm, ja, neun Stück. Oh, krieg ich eins. Aber nur eins. Vielen Dank. Mehr auch nicht. So. Und selbst leider. Du warst ein Hurensohn. Du rennt da einfach zu mir. Hint ihr die Kontos? Weg, du Schlampe. Mensch. Weil ich komme rein. Dann nutzt ihr noch nichts. Was wollt ihr denn? Verpiss ich doch mal, Mann. Kyle, hörst du mich? Kyle! Ich habe eine Brechstange gegeben auf 2789 Schaden. Ist das krass. Ein Brecheisen. So, was ist das? Du musst hier lang, ja, ne? Ja. Oh, hier liegen aber schöne viele Zamaschdinger. Der Typ eben wieder was nur und so. Pack schon mal die Knarre aus. Okay. Uh, heiß geparkt, würde ich sagen. Das haben wir hier, Klebeband. Uh, doch so viel. Ist da drin? Ja, wir haben eine Rott. Ach, hier ist Fahrzeug. Sonst nix, oder was? Wow. Ne. Natürlich geht er mal ganz wieder oben hin, ne? Ist klar. Öh. Öh. Jetzt. Aber ich kann gleich wieder... Och, scheiße. Die ist ja hier zu. Was ist das denn? Ja, die ist aber hier oben auch zu. Hä? Ja. Ach, da war ein Fenster. Wo? Ganz oben, oder? Da war ein Fenster, wenn kommt der. Wo ist das Fenster? Da. Da, wah, da. Hab eins. Warte. Ist das nicht so? Bei mir ist ein offenes Fenster, ja. Nein. Nein. Blude. Gar nicht. Nein. Nein. Super. Oh. Oh, okay. Digga. Sie stehen kurz vor dem Finale. The Following. Dieser Teil des Spiels wird im Einzelspieler gespielt. Nachdem sie das Spiel beendet haben, können sie aufs Land zurück und es weiter erkunden, indem sie den letzten Spielschirm entladen. Möchten sie fort... Jetzt schon zu Ende? What the fuck? Das heißt ja, dass wir dann wieder jetzt alleine spielen, ne? Dass jeder wieder seine Version spielt. Ja. Wollen wir. Geh mal. Ich drück F. Ich drück... Hinter. Pst. Krasser Töten. Oh, scheiße, wie bist du das? Alter, ich hätte dich fast weggehauen. Ja, ich bin's. Mach mich los, scheiße. Du warst das. Du hast mit Raiis Banditen gemeinsam... Wo ist es, du Hurensohn? Wo zum Teufel ist das Heilmittel? Alter, du bist ja verrückt. Verarsch mich nicht, Kahn. Wo ist es? Alter, ich wohne hier nur, okay? Ich habe keinen Plan, was du von Banditen fassest. Boss, bist du da? Hallo, hörst du mich? Ähm, wer spricht da? Chef, da bist du ja. Okay, Hakan und seine Leute haben die Mutter verfolgt. Aber so ein Arschloch hat den Kornspeicher überfallen. Den schnappen wir uns. Wir warten bei deiner Hütte. Kommst du? Ist nicht nötig. Haltet einfach den Balkon im Auge. Warte. Was zum Teufel? Hey, hey, warte. Ich weiß ja, dass ich ziemlich übertrieben habe. Aber die haben mich gezwungen. Green, da ist Green. Wo wollen Hakan und seine Leute hin? Raus mit der Sprache. Zum Damm. Der Priester sagte, der Eingang sei im Damm. Bitte. Mit dir bin ich fertig. Oh, scheiße. Schnappt ihn euch. Los doch. Nein. Stopp. Du machst den Weg. Ach du scheiße, Junge. Ach du scheiße. Nein, 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 nein. Du meinst ja dickernst. Wo bist du? Bei mir ist einfach so... ...bild. Ja, bei mir steht... ...begeben sich zum Leuchtturm. Du stehst hier irgendwo, nicht? Oh, da ist so ein Licht, ja. What the fuck? Hä? Bei mir ist hier ein Pfeil, aber du stehst hier nicht. Ja, bei mir. Ich gucke einfach... Ich gucke einfach irgendwo hin. Okay. Hä? What the fuck? Was ist jetzt? Voll buggy und so. Fuck, Alter, ja. Ja, ich höre dich sogar. Warte mal, aussteigen. Wie aussteigen, ey? Ja, warte mal. Hier gibt es kein Leuchtturm, mein Digga, der ist weg. Da oben ist nichts mehr. Es gibt kein Leuchtturm mehr. Ja, ich sehe, wie so eine Lampe rumläuft. Die Lampe bist du, aber ich kann mich nicht bewegen. Ja, du stehst hier. Aber du bist unsichtbar. Ich sehe deinen Pfeil, auch wenn du redest, sehe ich das, aber... What the fuck? Ja, du bist auch umsichtbar. Ich sehe auch in deine Lampe. Das Game ist erstmal gebrashed, würde ich sagen. Warte mal, ich mache mal aussteigen. So, ja. Ah, lol. Jetzt geht es natürlich... Jetzt geht es weiter, Junge. Lol, ich bin tot. Jetzt geht es weiter. Ohne Spaß. Was ist das denn für ein Bug? Lol, bei mir. Ich bin jetzt wieder im Kornspeicher. Warte. Auch beim Kornspeicher, ja. Kaum wieder bei mir rein. Ja, dann müssen wir, wenn wir unten sind, müssen wir aber jeweils alleine hoch beim Leuchtturm gehen. Weil sonst kackt es wieder um. Weiß. Das Auto ist natürlich beim Leuchtturm, ne? Übrig, obwohl sie auf dem Feld viel verschüttet haben. Weißt du, wo sie hingegangen sein könnten? Wie ist das denn jetzt? Oh, 2.05 Uhr. Ich stehe hier nicht auch mal um. Okay, sonst nur 500 Meter. Wollte gerade sagen. Ja, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Dann ist das Video... Gehen zum Leuchtturm. Ja, dann ist das Video auch nicht zu lang. Und es ist nicht so langweilig. Wir sehen uns gleich im Leuchtturm wieder. Bis dann. Ich bin...